Kreativ, lustig. Das will ich als Klingelton haben. Das ist ja ganz verreckt. Das ist ja Wahnsinn. Nein, einfach der Hammer. Er geht tanzen, er ist ein extrem guter Comedian. Eineinhalb Stunden kann ich einfach lachen. Und durch die alten Stellen zu gehen, obwohl ich den Stahl habe. Der hat eine gute Art, kritische Themen zu bringen, aber auf eine witzige Art und Weise. Das ist wirklich liebend. Ich finde es grandios, wie man so schnell die Rolle wechseln kann, die Dialekte wechseln. Peter ist für mich einer der Grössten. Dankeschön!